So, herzlich willkommen zu Folge 42, hier von Zathoran. In der dritten Folge habe ich eine Spinne gesehen. Und jetzt bin ich hier. So, dann schauen wir doch mal. Das wird hier nicht erwarten, außer große Fische hier. Oh, nein. Auf der dritten Folge. Oh, nein. Oh, nein. Ja, 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 warte, du meinst, ja. Okay. 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 Ach ja. Das war doch ganz nett mit der Spinne. Da hängt auch so ein Vieh an den äußeren Wänden. So. Am Gebäude. Und der Mond hinterletzt. Rot geworden. Hier könnte ich runter, aber ich weiß nicht was passiert. Ich lebe in der Luft. Ich bin ganz leicht. Dann hol ich mir das doch erstmal her. Gott. Gut. Natürlich auch gleich die Kluppel. Gut. 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 er hält was aus oh er kommt er will er mich groß und dick aber klingling der altmann verdammte Bestie. Und der Dicke hier? Was erwacht er denn für die Kiste? Da geht die Klingelfraule an. Zurück. Da hat er noch einen Dicke an. Keine Ahnung. Ist auch erst mal weg. Was hast du denn? Und... Jetzt auch wieder da. Der Dicke. Oh, der Dicke. Das ist ein Problem. Ich bin ein Wettbewerb. Oh, der Dicke. Nein, ich bin ein Wettbewerb. Der Dicke. Oh, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein so beträglicher Ort, weil es nicht immer dick geholt werden will. Oh ja, ja, ja. Schön, das ist oben hier. Oh, war ja. Wie... Das ist so groß. Oh! Oh, ja. Boah, am Schall. Wären die auch noch erwischt, ey. Von diesem Leserstrahl da. Eieieiei. Ah. Oh. Oh, unsichtbar. Oh, ich sehe doch hier alles. Ich sehe die Gegner, ich sehe hier die Treppen, die Steine, die Wege. Ich sehe doch alles. Oh, ja, genau. Bestes Tod allen elenden Bestien. Ja, 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 ja. Elenden Bestien. Elenden Bestien. So, kommen wir jetzt mal weniger, wenn wir die Treppe hier versperren. Und dann kann ich da ja wieder durch drauf. Mal gucken können, wo es noch... Na gut. Nein, das geht. Leider wird jetzt mal eine Treppe... Aua. Oh K Ausgeballert Wenn man für einen Queckseller mitnehmen, braucht man nicht kaufen Für seine eigene Waffe Ja Ja Okay Ja Wollen wir da immer noch einen Das nicht Hier ist ein Loch in der Runde Da drückt die Tür Ja Ja Das nicht Das öffnet sich natürlich nicht von dieser Seite Warum auch wenn da ein Loch ist Eieieiei Wie war eigentlich diese Klinge? Oh Oh Diggi Hi Der Diggi Der macht immer viel Und Amai Alter Boah Kollegen Sagen schon weg Und du hier So Wo ist die Klingel-Tante, hm? Hör mal hier auf zu klingeln, du Was geht hier? Aha Er ist schmatzen so, ey, das ist ja unglaublich Mach ich mach ich mach ich Oh Au Alter mit einem Schuss, ey Es ist ein Verfluch Ihr seid von eurem Wach So Alter Tante Da ist ein Verfluch Nein Da ist Klingel-Forg Da ist Klingel-Forg Da ist Klingel-Forg Da ist Klingel-Forg Das geht nicht so leid nicht Das geht nicht so leid nicht Ich hab' schon hier echt Die sind die Ah Klingel-Forg Das ist ja so schrecklich So, wo komme ich denn hier raus? Das kommt mir doch eben nicht bekannt Ich glaube da oben, hab ich mal die Dähne verloren Oh! Wo liegen meine verloren ins Leben? Ne, hier vorne nicht, das ist was anderes. Ganz vorsichtig. Mal aufpassen, ob die nicht von der Tände halten wollen. Was? Oh, jetzt kommt da eine. Da muss ich auch mehrere. Mal sehen, ich kriege auch hier, hier. Ah, rett nicht der. Bleibt der, die, das, oder, oder? Okay, dann kam mal die eine. Ja, wo da unten liegen noch ein paar Punkte von mir. Oh! Ich habe auch. Oh, ich habe ein bisschen. Oh, die hat. Was ist denn, eine ist, die Karte? Oh, ich habe jetzt ein bisschen. Oh, ich habe einen Karte. Was ist denn das? ja 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 auch d ja 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 blöd das hält ja nicht alles solange an Ist hier eine drin? Hallo? Ihr wollt euch doch mal heißen, Katrin. Na los doch, abschauen! Was ist los? Oh Gott, ihr seid schon so alt und vergammelt. Bei euch gibt es nur noch Spin-Way und den Spot. Oh, lecker, ey. Oh, nicht, dann gibt es auch wieder eine. So, Knauze. Da wieder eine. Ach Gott, hier hast du echt keine... Ruhe, ey. Die kommen hier immer und immer wieder. So, wo habe ich denn letztes Mal noch die Sachen gefunden? Oh! Es ist alles eurer Kult! Oh! Du willst dich irgendwie wegräumen zur Seite oder was? Und dann geht es nicht, weil dieser blöde Kackbaum da im Weg ist. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ei, 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 ei. Da hat immer dieses Problem bei so einem Spiel, ey. gut ich bin kein besorgt der hatte Oh. Heu mal heu mit der zwei Getränke hier. Oh, die macht auch los. Diekst! Oh, komm mal weg. Ja? Oh, die bügel ist auch nicht erwünscht, man. Oh, Moment. So. Nein, das war zu weit. So einen langen hab ich auch nicht. Was willst du? Mein Gehirn? Ich glaube nicht, dass du damit eher was anfangen kannst. Das Vieh hält sich da fest, falls man die nicht so ziemlich kaputt machen kann. So ein bisschen was anfangen kannst. Oh, das ist so ein bisschen lebendig. So ein bisschen was anfangen. So ein bisschen was anfangen. So ein bisschen was anfangen. Geht auf, also gut. Oh, ich bin die Treppe runter. Eieieiei. Oh, hier bin ich kaum wieder ein. Ah, ist doch mal hier. Ja, ja. Renn du doch. Was war in der Hölle? Hallo, hier kann ich nicht. Wie war hier zu sehen? Äh, eben. Nicht so gut zu sehen. Hier stinkt hier nach, was weiß ich. Und hier schon mal ist einer mit der Kacke über sich. So, was war dir das? Ich weiß es nicht. Wie war das Blut? Ah ja, hier. Zack, zack. Wenn ich alle drei auf einmal... Da fdaunt die ja was. Ich kann mit alle drei sogar hier umgehen. Ach, geht's. Ja, hier ist das Klingeln. Da raus, mal. Ach, da liegen die anderen. Mann! Ah! Au! Au! Wir müssen auch nicht auf die Feuer! Au! Hallo, hallo, hallo! Schieb ich denn das Feuereisen unter sonst woher hin, ey! Hier dritte kommt, ist doch schwerer als ich dachte! Wenn ich doch mal wegbleiben würde, dann kommt aber... Nein, ich kommt immer wieder! Nein, 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 nein... Ah, nein, das liegt auf alles im Weg, ey! Ja, genau, oh, es ist überall zum Feuer her! Alter... Boah, jetzt kommt Feuer auf den Echo-Feuer! Boah, hinten ist Feuer... Oh, Gott, fuck, ich kack mich oder was, ey! Ihr seid doch nicht normal! Lass mich durch hier! Alter! 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 Na gut! Bin ich ja nicht ganz so weit gekommen, wie ich dachte... Dann werde ich jetzt erstmal die Folge von heute... Und dann würde ich sagen... Ja, manchmal wird das mal hier weiter in uns fahren... So... Bis dahin macht ihr noch was schön ab... Schönen Tag... Schönen Mitteln... Oder was auch immer... Und dann sage ich... Bye, bye! Bye!